Die Universal Rope von La Siesta ist ein vielfältig einsetzbares Aufhängesystem zum Anbringen von Hängematten zwischen Wänden oder Bäumen. Das Set besteht aus zwei Haken, sechs Schrauben, sechs Dübeln, zwei Polyesterseilen mit je drei Metern Länge und zwei Smart Hooks. Damit könnt ihr eure Hängematte drinnen und draußen perfekt aufhängen. Zum Befestigen der Hängematte zwischen zwei Wänden installierst du die Haken an deiner Wand. Durch die drei Bohrlöcher wird das Gewicht ideal verteilt, das sorgt für hohe Stabilität. Nun verlängerst du die Hängematte mithilfe des Seils und hängst das Seil in den Wandhaken ein. Durch die integrierten Smart Hooks kannst du die Höhe deiner Hängematte jederzeit variieren. Die Universal Rope ist nicht nur für den flexiblen Einsatz zwischen zwei Wänden konzipiert. Du kannst sie auch nutzen, um die Hängematte zwischen zwei Bäumen oder Pfosten aufzuhängen. Du knotest das Seil um den Baum und hängst die Hängematte in den Smart Hook. Jetzt hängt die Hängematte stabil und sicher zwischen den beiden Bäumen. Die Hängematte Die Hängematte Die Hängematte Bis zum nächsten Mal.